Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das bedeutet ja eigentlich, dass man besser den Mund halten sollte. Das könnte ich übrigens nie und ich frage mich auch, ob das überhaupt stimmt. Also aus kommunikationstheoretischer Sicht. Genau das klären wir in diesem Video und weil ich mir nicht ganz sicher bin, halte ich jetzt lieber mal, bis wir es geklärt haben, den Mund. Versprochen. Um das Sprichwort zu klären, betrachten wir ein kommunikationstheoretisches Modell von Herbert Paul Grice. Nach einer längeren Auseinandersetzung mit dem Philosophen Immanuel Kant und dessen Werk Kritik der reinen Vernunft findet Grice zu einem eigenen pragmatischen Modell. Das heißt, er untersucht, wie man sich richtig miteinander verständigen soll. Wichtig ist dabei, Grice beschreibt also nicht, wie wir im Alltag miteinander kommunizieren, sondern vielmehr, wie Kommunikation ablaufen sollte. Sein Ansatz ist idealtypisch und pragmatisch, weil er am konkreten Gebrauch orientiert ist. Grice entwickelt Kriterien, die im Gesprächs erfolgsversprechend sind. Er nimmt außerdem an, dass die Sprecher in einem Gespräch beide ein gemeinsames Ziel verfolgen und das nennt er das Kooperationsprinzip. Ich meine, wenn ihr mit jemandem redet, wollt ihr ja auch häufig was klären, zum Beispiel erfahren, wann der Bus fährt und wenn der andere das nicht erfüllt, dann funktioniert etwas nicht. Das ist das Kooperationsprinzip. Die Konversationsmaximen sehen nochmal ein bisschen anders aus und die erkläre ich euch anhand von ein paar Beispielen. Beispiel 1 Oh, oh, das gibt Ärger. Wer war das? Ärger im Klassenraum. Du weißt es, willst den anderen aber nicht verpetzen. Sagst es also nicht. Verpetzen ist ja auch nicht so cool. Ist das in Ordnung? Darf man das aus kommunikativer Sicht? Hm, nee, eigentlich nicht. Da das Weglassen von Informationen gegen die Maxime der Qualität verstößt. Aber was ist das? Die Maxime der Qualität besagt, versuche deinen Beitrag so informativ zu machen, dass er wahr ist. Das heißt, dass man nichts weglassen darf. Sage auch nichts, was du für falsch hältst und sage nichts, wofür dir angemessene Gründe fehlen. Also spekuliere auch nicht, was zum Beispiel der oder die über den gesagt hat. Kommen wir zum Beispiel 2 und der zweiten Maxime. Neulich im Bio-Unterricht. Der Lehrer fragt, ob der Hund die Kriterien eines Säugetiers erfüllt. Ein Schüler meldet sich und erklärt, er habe auch eine Hündin, die heißt Tanja. Und ja, die habe erst im letzten Sommer Babys zur Welt gebracht. Und so weiter und so weiter. Das verstößt gegen die Maxime der Relevanz, die besagt, gestalte deine Beiträge so, dass sie wirklich relevant sind, dass sie also dem Kommunikationszweck dienen. Und das ist in dem Fall ja nicht der Fall, weil die Frage nicht beantwortet ist. Geht der Hundevortrag dann noch drei Minuten weiter, sind wir gleich beim nächsten Verstoß, nämlich der Maxime der Quantität. Diese lautet, mache deinen Beitrag so informativ wie für den Gesprächszweck nötig. Mache deinen Beitrag aber auch nicht informativer als nötig. Das heißt, man muss genau die richtige Menge finden und die Menge muss angemessen sein. Die nächste Situation, Beispiel Nummer 3. Hier lassen wir mal die Geografiefachschaft zum Recht kommen. Die fragt nämlich nach der Hauptstadt von Deutschland und eine Schülerin meldet sich. Sie sagt, wie soll ich sagen, also früher gab es ja keine Städte, sondern eher Siedlungen. Ach so, Berlin, aber vorher Bonn, um noch ihre Frage zu beantworten. Ja, der Verstoß ist klar. Hier hat jemand völlig ungeordnet sich geäußert. Das verstößt gegen die Maxime der Modalität, zu Deutsch der Art und Weise. Diese besagt im Einzelnen, dass wir dunkle Ausdrucksweisen, Mehrdeutigkeiten, Weitschweifigkeiten vermeiden sollen und dass wir möglichst der Reihe nach schildern sollen. Das ist eigentlich klar, oder? Ja, untersuch doch mal deine eigenen Gesprächsbeiträge. Wenn du mit deinen Kumpels oder deinen Freundinnen redest, hältst du dich immer an Grise? Ist das überhaupt realistisch? Und interessant, bist du denn überhaupt immer an einer Kooperation mit deinem Gegenüber interessiert? Hm, was lässt dich jetzt aus Grise im Einzelnen mitnehmen? Für dir eine mündliche Note ist es sicherlich nicht unerheblich, wie du antwortest. Und auch im Privatleben kann es schon Sinn machen, sich einmal auf das Gespräch einzulassen und hier Missverständnissen vorzubeugen. Überlegt euch, was der Informationskern ist in einem Gespräch und redet nicht um den heißen Brei herum. Glaub aber andersherum nicht, dass sich komplexe Fragen in einem Satz richtig beantworten lassen. Die Modalität hilft euch besonders bei Deutschaufsätzen, in richtiger Reihenfolge klar und in richtigem Stil schildern. Übrigens wollte ich euch in dem Video nicht sagen, dass ihr petzen sollt, um Gottes Willen. Reden ist silber, schweigen ist gold, das ist also aus kommunikativer Sicht nicht ganz einleuchtend. Auch wenn man manchmal schon überlegen sollte, ob der Beitrag wirklich bereichernd ist, dann wäre es in der Tat besser zu schweigen, wie auch der Philosoph Wittgenstein in seinem Traktat festhielt. Worüber wir nicht sprechen können, darüber sollen wir schweigen. Ja, abschließend rede ich wieder und frage, ist Schweigen wirklich Gold? Nur, wenn richtiges Reden Platin ist. Hat euch das Video gefallen, dann gerne einen Daumen hoch, lasst ein Abo hier. Ich komme wieder, bis bald.